Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More oder wie ich es heute auch wieder nenne, Manu sitzt alleine in seinem Kapuff und nimmt hier alleine eine Folge wieder mal auf, weil wir es einfach nicht hinbekommen haben, diese Woche eine Folge zu dritt aufzunehmen. Deswegen nehme ich heute einfach mal wieder eine Folge alleine auf. Gut, die letzte Folge war jetzt glaube ich auch alleine, kam aber sehr gut an, was ich zumindest so mitbekommen habe. Ich habe sehr, sehr viel positives Feedback bekommen auf jeden Fall von euch da draußen, natürlich auch aus der Community und deswegen dachte ich mir, setzen wir da heute einfach mal so ein bisschen dran an wieder, nachdem es letzte Woche dann so ein bisschen um Selbsterkenntnis und sowas ging oder um Stressbewältigung, dachte ich mir, drehen wir den Spieß heute mal um und fangen an mit ein bisschen Motivation. Thema Selbstständigkeit, Motivation oder generell Motivation im Alltag, wie gehe ich damit um, was für Hürden stehen vor allem auch, ich sage jetzt mal privat, familiär etc., pp., alles. Was da so ansteht, dachte ich mir, nehme ich heute mal ein bisschen auf. Ich habe mir natürlich wieder überhaupt keine Gedanken gemacht zu diesem Thema, das heißt, ich rede hier jetzt einfach wieder frei, schnauze, aber nachdem ich weiß, dass ihr das alle da draußen so liebt, beziehungsweise auch das Feedback und sowas, alles relativ gut ist, dachte ich mir, okay, ich mache mir jetzt keine Notizen dazu. Ich habe so ein paar Sachen im Kopf, weil ich mir auch, ihr wisst, ich war letzte Woche im Urlaub, habe ein bisschen mal abgeschaltet, Social-Media-Pause gemacht und habe mir dann aber bewusst mal, weil ich diese Folge auch so ein bisschen mal geplant hatte oder so ein bisschen im Hinterkopf hatte, ein bisschen mehr Zeit auf Instagram, TikTok und allen anderen Social-Media-Kanälen verbracht. Deswegen auch das Thema Motivation, weil mir kommt es momentan oder so die letzten Wochen und Monate immer mehr so vor, als ob gefühlt jeder in Deutschland Motivationscoach ist. Jeder, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, ihr ertappt euch vielleicht mal selber so dazu, jeder scrollt so ein bisschen auf Instagram, TikTok, ihr wisst, alle möglichen Social-Media-Kanäle und dann tauchen so Motivationssprüche auf, irgendwelche Motivationsgures oder so, wo auch teilweise wirklich Hallen gefüllt werden. Das ist ja dann das Nächste, wo ich mir so denke, hat es wirklich so einen Sinn? Also ich meine, ich mache jetzt, ich versuche jetzt seit vier Jahren die Selbstständigkeit aufzubauen. Ich habe es geschafft, alles schön und gut, habe mich aber nie mit dem Thema an sich so ein bisschen auseinandergesetzt. Also das heißt, mit dem Thema auseinandergesetzt meine ich, sich so zu motivieren oder auf irgendwelche Seminare zu gehen und jeder hat dann immer diese riesigen Hallen. Ich meine, ihr kennt es auch von Leuten, die euch vielleicht auf Instagram oder sowas anschreiben, jo, du siehst voll motiviert aus mit deinem Profil, die sich euer Profil einen Scheißdreck angucken einfach, sondern einfach nur euch anschreiben, hey, du siehst so motiviert aus, hast du mal Bock hier, Coaching hier und da und sowas zu machen. Und da habe ich mir so gedacht, hey, ich teste diesen ganzen Scheiß jetzt einfach mal aus. Also ich habe mir wirklich explizit nur solche Seiten angeguckt, die letzten Tage einfach mal und der Algorithmus flutscht es ja sofort. Das heißt, sobald ihr euch solche Videos mal fünf bis zehn Sekunden anguckt und ihr wisst, die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage liegt so bei 15 Sekunden. Das ist jeglich bekannt, danach hört der Kopf mittlerweile ziemlich auf, vor allem bei Jugendlichen oder auch in unserem Alter, ich würde mich jetzt nicht als alt bezeichnen, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Unser Gehirn gewöhnt sich daran, unser Kopf gewöhnt sich daran, die 15 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, das ist das, woran wir uns gewöhnt haben, worauf wir extrem gepolt sind mittlerweile. Danach hört es einfach auf. So, auf jeden Fall guckt ihr euch diese Videos an, ist ja völlig egal, ihr könnt euch theoretisch auch Dubai oder Urlaubsvideos angucken, der Algorithmus hat euch im Griff und wird euch immer und immer wieder vorgeschlagen. Das ist völlig normal, so funktioniert der Instagram- und TikTok-Algorithmus und jeglicher anderer Algorithmus, damit die Leute sich natürlich das auch immer weiter angucken und dann auch möglicherweise irgendwas verkaufen. Auf jeden Fall, wie gesagt, mittlerweile, wenn man, habe ich mir da mal ein paar Videos angeguckt und sowas, Thema Motivation und umso mehr man sich mit diesem ganzen Zeug beschäftigt, beziehungsweise umso mehr man sich diesen ganzen misst. Es gibt natürlich auch sinnvolle Sachen, Zitate und sowas, wo ich sage, okay, ja, kann man mal drüber nachdenken, aber manchmal denke ich mir, auch so umfeldmäßig und sowas, dass man das ein bisschen zu ernst nimmt und man so ein bisschen den Fokus von sich selber verliert und denkt, nur weil ich jetzt mal was auf Instagram oder TikTok gelesen habe, wie ich möglicherweise ticken könnte, dass ich dann auch so bin. Aber das stimmt ja gar nicht. Jeder Mensch, jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch hat so sein eigenes Ding, jeder Mensch hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen und sowas. Natürlich kann man daran arbeiten und sollte man natürlich auch arbeiten, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, und da könnt ihr gerne mal eure Meinung so reinschreiben, wie es bei euch so im Umfeld ist, sobald man sich zu viel mit diesem ganzen Mist beschäftigt. Das heißt, mit Zitaten, Sprüche, es gibt ja mittlerweile zigtausend Instagram-Seiten, die sich einerseits auf Männer, ich glaube Alpha Männer, keine Ahnung, Alpha Frauen, was weiß ich was, gibt es ja alles möglicherweise, die mittlerweile so die Gedanken verfälschen, wo ich mir denke, Alter, wo landen wir da? Also wirklich, also da gibt es ja wirklich alles Mögliche, wo dann Männern eingetreten wird, ja, du bist das Beste, mach das Beste aus dir selbst und sowas, geh hunderttausend Mal zum Sport und sowas, vergiss alles andere um dich rum, wo ich mir denke, jo, da habe ich gar kein Privatleben mehr, so weißt du. Und sowas gelangt natürlich auch ins Unterbewusstsein. Und sowas gibt es natürlich auch bei Frauen, es ist das allergleiche, ich habe es nur auf Männer bezogen, weil ich hier nicht sonst irgendwas hier wieder anzetteln will. Aber fand ich dann schon ein bisschen krass und mir ist es halt extrem aufgefallen, umso mehr du dir diesen ganzen, in Anführungszeichen, Mist, heißt, für manche ist es natürlich sinnvoll, für mich persönlich ganz ehrlich, ich kann damit nichts anfangen, umso mehr verfestigst du natürlich das und kannst natürlich auch damit deine Persönlichkeit umändern oder switchen, unbeabsichtigt, weil du dir so ein paar Dinger durchsinnst und dann sagst du so, veränderst möglicherweise auch dein Inneres, das dringt dann nach außen und wird dann von anderen möglicherweise anders aufgenommen. Natürlich sollen sich eigentlich diese Seiten natürlich motivieren. Ich sehe aber nicht so wirklich so diesen Motivationsdrang da. Also wenn ich es jetzt mal, ich habe ja gesagt, ich will das auch ein bisschen auf die Selbstständigkeit beziehen und sowas. Wenn man Selbstständigkeit oder generell selbstständig werden will, egal ob es jetzt Business ist, ob es privat irgendwie mehr Selbstständigkeit, brauchst du natürlich auch so ein bisschen die Motivation und die Überwindung. Und die kommt aber nur von dir selber, du musst es sich selber trauen. Das war auch schon in der Schule so, jeder kennt es oder manche, ich habe Referate gehasst, ich habe Referate, Gedichte, alles habe ich gehasst. Ich konnte nie vor Leuten sprechen. Jetzt spreche ich täglich vor was weiß ich wie vielen hundert Menschen auf YouTube, halte Podcast vor teilweise über tausend Hörern und sowas, macht mir alles nichts aus. Ich kann aber immer noch nicht auf der Bühne stehen. Das ist, da werdet ihr mich niemals, werdet ihr mich auf irgendeine Bühne kriegen. Also merkt euch das, braucht ihr gar nicht anfragen so in der Art. Auf jeden Fall finde ich es sehr beängstigend, weil wir dann auch so wieder diesen Social Media Bezug haben, wie krass abhängig uns einerseits natürlich Social Media macht und uns natürlich auch solche Seiten dann komische Sachen tolerieren oder sagen, ja du musst vor allem das jetzt machen, du musst ein anderer Mensch werden. Nee, musst du nicht. Jeder soll natürlich das Beste aus sich selber machen. Das ist absolut klar. Jeder muss das Beste oder die beste Version von sich selber sollte jeder machen. Ob du das jetzt mit 16 machst, ob du das mit 30 machst, jeder ist in einem anderen Altersspanner oder jeder ist in einem anderen, in Anführungszeichen geistigen Zustand, bis er das irgendwann mal verklickert. Manche werden es nie, manche wachsen aber mit dem Alter. So. Und da muss jeder irgendwie selber so auf den Trichter kommen. Ich finde jetzt nicht, dass da irgendwelche Instagram-Seiten oder sonstiges, ja weiß ich nicht, da wirklich unterstützend sind. Natürlich wollen die auch im Profit, die haben am meisten noch ihre Kurse. Das ist mir auch extrem aufgefallen. Viele Seiten, die dann so 100.000 bis 500.000 Follower haben oder sowas, die jeden Tag irgendwelche Zitate posten, die du dann 100.000 Mal auf anderen Seiten auch siehst und dann immer diesen Link-URL, wo es dann zu irgendwelchen Kursen geht oder was weiß ich was. Also ich bin da überhaupt kein Fan davon, weil ich immer noch oder zumindest jetzt die letzten vier Jahre so die Erfahrung gemacht habe, versuche es selber, du musst erst mal mit dir selber reinkommen. Das ist schon mal das Erste. Wenn du mit dir im Reinen bist, zufrieden mit dir bist, hast du schon mal den ersten wichtigen Step gemacht. Und das vergessen, glaube ich, die wenigsten. Der wichtigste Step ist, du musst dich selber wohlfühlen. Ob das jetzt, so wie ich es jetzt die letzten drei Monate gemacht habe mit extrem viel Sport, dass da einiges mal wieder aufgearbeitet werden musste, beziehungsweise was sehr, sehr wichtig war, auch für den Körper und sowas, kann ich auch echt nur empfehlen. Es bringt dich auch andere Gedanken, du fühlst dich wohler und sowas. Step 1, so, mach Sport, fühl dich besser, beruhigt auf jeden Fall und du hast ein besseres Körpergefühl. Du kommst auch ein bisschen besser mit dir im Einklang oder selber. Ist egal, ob du fünf Minuten machst, ob du eine Stunde am Tag Sport machst. Zu viel weiß ich jetzt auch nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, wenn du alles dann vernachlässigst. Aber gut, das muss jeder selber wissen. Aber komm mit dir ins Reine. Und das ist extrem wichtig. Und das habe ich jetzt auch so die letzten drei, vier Monate extrem gemerkt. Du musst mit dir selber im Reinen zu sein, um auch glücklich zu sein. Du kannst Erfolg haben, wie du willst, solange du mit dir selber nicht d'accord bist. Also nicht mit dir selber im Reinen bist. Und das habe ich komischerweise nicht einmal gelesen. Immer nur irgendwelche Sprüche. Ja, du musst das machen, du musst das machen. Achte nicht auf andere. Wobei, da muss ich auch sagen, okay, achte auch wirklich nicht auf andere. Wenn du was durchziehen willst, dann ziehst du es durch. Es ist völlig egal oder lasst euch, und das ist jetzt auch leichter gesagt als getan, lasst euch nicht von anderen unterkriegen. Das ist extrem, extrem wichtig. Kann ich bei mir ein gutes Beispiel nennen. Als ich versucht habe, mit YouTube, beziehungsweise, ja nicht nur YouTube, YouTube-Podcast, Kryptoanalysen und sowas, habe ich gesagt, Alter, mein Ziel ist, eigentlich glaube ich war es damals bis 2023 oder so, oder nee, 22 war es, mich selbstständig damit zu machen. Das war mein großes Ziel. Das habe ich mir auch immer, deswegen habe ich auch euch gesagt, oder hatten wir ja schon mal in einem anderen Podcast das Thema Ziele setzen. Extrem wichtig und die auch immer wieder nachprüfen. Ihr müsst sie euch nicht jeden Tag durchlesen. Sagen zwar auch manche, ihr müsst euch jeden Tag die Ziele durchlesen. Nee, müsst ihr nicht. Wichtig ist, dass ihr sie im Kopf habt. Ziele im Kopf haben, diese immer wieder in Gedanken haben, hey, das will ich erreichen, bis dahin setzt euch Ziele. Extrem wichtig. So. Nächste ist dann, lasst euch nicht von irgendjemand anderem was einreden. Ich habe genug, auch immer, ja, jetzt nicht mehr engerem Umfeld, ich habe auch ein bisschen aussortiert, muss ich ehrlicherweise sagen, beziehungsweise sortiert in dem Sinne, es gibt richtig enge Freunde und es gibt die, ja, mit denen machst du halt mal was, weißt du. Aber da ist dann bei mir auch Schlussgrenze. Bei mir ist dann so persönlich, sobald es persönlich wird, jo, breche ich ab, kann ich nicht mit euch reden, Thema ist durch so für mich. Und ja, die letzten drei, vier Jahre haben genug Leute auch versucht, so einzurichten, ja, schaffst du doch eh nicht und so, bleib lieber bei deinem fixen, festen Job und sowas. Und das nicht nur privat, also nicht nur Freunde, auch Familie und sowas. Und sowas zerrt natürlich erst einmal an den Nerven und sowas. Deswegen, wichtig ist, ihr seid davon überzeugt von eurer Idee, ihr macht das Beste draus, ihr müsst euch nicht unendlich Stress machen, so wie es ich damals gemacht habe. Wichtig ist, ihr habt ein Ziel vor Augen, ihr wollt dieses Ziel erfüllen, setzt euch Ziele, wie gesagt, bis wann ihr die möglicherweise erreichen wollt. Und wenn ihr sie nicht erreicht, dann ist das auch nicht so schlimm. Es kann immer mal was dazwischen kommen. Es kann, wie jetzt im Cryptospace, dachte ich auch, okay, es geht schneller, Bullrun und sowas. Es hat nicht funktioniert, hat ein bisschen länger gedauert, aber wichtig ist, bleib am Ball. Versuch, dein Ziel auch wirklich zu erreichen. Und nicht einfach, ja, hat jetzt nicht so funktioniert, ich höre jetzt auf. Weil das ist dann das, wo dann jeder dann im Nachhinein sagt, oh, ich habe es dir doch gesagt und sowas. Das zerrt dann nur noch runter und ich glaube mir, das wird wahrscheinlich dann dein Leben lang an dir zerren. Aber wenigstens, du hast es versucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Motivation generell ist sowieso extrem wichtig. Du musst mit einer Motivation und Leidenschaft daran reingehen, worauf du Bock hast, beziehungsweise auf was du halt auch Bock hast, mit was du dich möglicherweise selbstständig machen willst, was du für Ziele hast, etc. pp. Extrem, extrem wichtig. Immer den Fokus darauf setzen, immer vor allem Bock darauf haben und teilweise auch mal ein bisschen was einstecken. Das lernt man alles so. Und da brauche ich keine Motivationssprüche und nicht 5000 Stunden auf Instagram oder sonst was, weil das hält dich nur davon ab. Ihr wisst, ich hatte meine Phase mit 16 bis 20 Stunden am Tag Social Media und nicht nur Trading View, nicht nur Krypto, auch Instagram. Und wie gesagt, ich habe diese Woche oder jetzt seit dem Wochenende ein bisschen mehr halt, wie gesagt, auf Social Media wieder verbracht, aber halt bewusst, also ich war mir bewusst, dass ich da ein bisschen länger bin, habe halt ein paar Seiten und sowas gefolgt und es zerrt auch manchmal so ein bisschen an deinen Nerven. Wenn du dann solche Sprüche siehst oder dann siehst du auch teilweise gut, Andrew Tate zum Beispiel ist ja komplett gespalten oder sowas, da gibt es gute Sachen, da gibt es aber auch absoluten Rotz und sowas. Und da muss man auch extrem aufpassen. Der Typ hat Kohle ohne Ende. Erzählt dir ja, du bist ein Lappen und was weiß ich was, wenn du das nicht machst oder so ein KLS oder sowas. Ich weiß nicht, ob wer das Video kennt mit 99 Prozent, ich nenne jetzt hier nicht die Wörter und sowas, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist und kann dich dann auch eher so kränken oder du bist neidisch und der hat schon so viel erreicht und sowas. Aber keiner sieht den Weg bis dahin. Keiner sieht den Weg, bis du es wirklich mal erreicht hast und dann kannst du verdammt stolz auf dich sein. Und das musste ich jetzt auch erst einmal so ein bisschen einsehen. Wie gesagt, ich bin seit Oktober, habe ich jetzt meine Selbstständigkeit zu 100 Prozent, also das heißt, ich bin nicht mehr irgendwie an Arbeitgeber gebunden oder sonst was, zieh das durch und dann kannst du echt sagen, ey, du bist stolz drauf, du hast es jedem so gezeigt, jeder, der in den letzten Jahren extrem daran gezweifelt hat, so in der Art, und dir jetzt einfach das Maul halten. Wo du dir einfach denkst, komm, halt einfach das Maul. Oder mit euch will ich so in der Art nichts mehr zu tun haben, weißt du, was es gibt. Und vor allem, wenn du versuchst, dir eine Selbstständigkeit aufzubauen beziehungsweise dich so mit dem ganzen Ding, dann erkennst du auch richtig, wer wahre Freunde sind und sowas. Das ist extrem krass, wie sich dein Freundeskreis verändert und wie auch so der Bezug oder wie du andere Menschen siehst zum Beispiel auch extrem verändert. Du achtest auf ganz andere Sachen und sowas, du änderst dein Umfeld und achtest auch so, was halt so dein Umfeld sagt. Wie ticken die eigentlich so? Weißt du, du warst vor vier Jahren, würde ich jetzt auch sagen, war ich ein ganz normaler Typ. Weißt du, also ganz normal wie jeder andere. Ich war feiern, ich war saufen, ich war das, das, das und irgendwann entwickelst du dich. Und dein Umfeld, entweder entwickelt es sich mit, muss ich auch manche Leute, wie gesagt, ich werde keinen Namen nennen, werde ich hier niemals im Podcast machen, aber man sieht, dass sich dann doch viele Leute auch mit dir etwas verändern, den Weg vielleicht gemeinsam gehen und da gibt es natürlich auch Leute, wo du dir denkst, boah, warum habe ich überhaupt nicht abgehangen? So weißt du, in der Art. Natürlich gehört das auch dazu, weißt du, es gibt Leute, mit denen hast du einfach Kontakt, sind gute Freunde, aber dann ziehst du einfach so eine Linie so dazwischen, weil du so weißt, ihr habt mich jahrelang nicht unterstützt, ich hatte es einen Scheißdreck so interessiert in der Art und jetzt kommt ihr so angekrocht, jetzt hast du es ja geschafft und sowas und von solchen Leuten, ganz ehrlich, zieht da eine Grenze und gut ist. Und da achte ich extrem mittlerweile drauf, wem ich vor allem was anvertraue, mit wem ich mich unterhalte. Ist natürlich auch ein bisschen Blockadehaltung, natürlich, vor allem wenn du neue Leute kennenlernen willst und sowas, ist da immer so ein bisschen die größere Blockade im Hintergrund, wo du dir sagst, hm, ist das jetzt so die richtige Person, mit der du dich da so unterhalten kannst und sowas. Aber gut, das, äh, anderes Thema, so da wollte ich auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, aber wollte ich mit Benji und René auf jeden Fall drüber machen. Mh, auf jeden Fall, was ich jetzt aus diesen paar Tagen Social Media, Instagram, gelernt habe, ist, man verbringt viel zu viel Zeit damit, diese Zeit, die allein hier mit Motivationssprüchen, ich bin jetzt gerade hier neben, ihr seht es nicht, aber ich bin hier gerade ein bisschen so am Handy nebenbei und kriege dann immer wieder das Vorgeschlagen. Teilweise auch so Depri-Sachen, wo ich mir denke, boah, sollte das nicht eher positiv sein? Nein, es sind sehr, sehr viele Negativsachen, die dich beeinflussen und die auch dein Erscheinungsbild, beziehungsweise wie du auch mit anderen Leuten dann umgehst, extrem beeinflussen können. Das ist jetzt auf Business bezogen, das ist auf Thema Dating bezogen, so ehrlich kann man auch sein, weil es da genug Müll und Rotz da draußen gibt, die dir einreden, du musst das machen, du musst einen Mann, du musst eine Frau so behandeln, wo ich mir denke, Alter, wo sind wir denn abgeblieben? Wir sind im Jahr 2024, Leute. Man kann ganz normal Leute kennenlernen, ich brauche dafür keinen scheiß Social Media Account, der mir sagt, ja, du musst das genau so machen und du darfst ihm nicht schreiben, weil sonst denkst du, du hast Interesse. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und so ist das auch mit diesen ganzen Business Coaches und sowas, die aus jeder Ecke plötzlich kommen. Wie sind die wohl reich geworden? Meint ihr, die haben sich zehn Stunden am Tag auf Instagram irgendwelche Sprüche durchgelesen? Safe nicht. Keiner von diesen Leuten hat sich zehn Stunden auf Instagram hingesetzt, irgendeine Scheiße geliked hier. Oh, guck mal, ich kann nur was erreichen, wenn ich das hier lese. So, weißt du, so eine Scheiße muss man sich da durchlesen. Die wurden nicht damit reich. Die machen jetzt im Endeffekt das zu ihrem Business, weil sie sehen, ey, es funktioniert. Es funktioniert einfach, dass ich Leuten irgendwelche Sprüche gebe, die sich dann vielleicht ein bisschen besser fühlen, aber nur noch mehr abhängig machen. Und dann fange ich an mit, ich verkaufe Kurse, ich verkaufe hier meinen Instagram-Account oder was weiß ich was. Und das ist extrem auffällig. Macht es echt mal. Ich will euch jetzt aber nicht in die Social-Media-Abhängigkeit oder sonst was hier kriegen. Das ist klar. Aber nehmt euch mal einen Tag Zeit und scrollt einfach mal so, also wirklich nur, wenn ihr nichts zu tun habt, bitte Leute. Also jetzt nicht, dass ihr sagt, oh, Manu hat gesagt, ich soll den ganzen Tag auf Instagram bleiben und irgendwelche Sachen folgen. Nee, nee. Darum geht es nicht. Aber allein mal, wenn du siehst, wie dieser Algorithmus funktioniert, wie er dich triggert. Und dann mal so am Ende vom Tag zu nachdenken, was ist mir jetzt im Kopf davon geblieben? Denke ich jetzt anders? Es ist wie Propaganda teilweise. Es ist wirklich krass heutzutage, wie man da aufpassen muss. Und deswegen versuchen wir auch immer wieder im Podcast, René, Benji und ich, immer zu sagen, ey, versucht nicht zu viel auf Instagram, TikTok und sonstigen Social-Media-Kanälen zu verweilen. Es demotiviert, wo wir wieder beim Thema Motivation sind, es lenkt euch extrem ab, kann euch ein falsches Bild geben, von Personen, von euch selber möglicherweise. Ihr verändert euch aufgrund eines Social-Media-Profils und versucht, anderen Leuten zu gefallen. Wichtig ist doch erst einmal, euch selber zu gefallen. Auch wenn ich das mir jetzt selber erst seit drei, vier Monaten so ein bisschen bewusst ist, aber ihr macht das alles für euch. Ihr macht das nicht für andere. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, finde ich, zu sagen, erst mal, sei mit dir selber am Reinen. Zweitens, ihr macht das für euch, für niemand anderen. Ihr versucht euch, ein besseres Leben zu machen. Ihr versucht, positiver in der Welt zu sein. Lasst euch nicht von negativen Menschen beeinflussen. Oder lasst euch generell nicht von irgendwelchen negativen Menschen runterziehen auch noch. Und zu sagen, ey, packst du doch eh nicht. Demotivieren lassen. Nur weil das für die Leute oder für Freunde, Familie nichts ist, was du, ich oder irgendjemand anderes gerade macht, heißt es nicht, dass du es nicht durchziehen musst. Und das ist wirklich krass, dass das wirklich bei sehr, sehr vielen Leuten wirklich so ist. Kumpel von mir versucht auch gerade sich was aufzubauen. Gleiches Spiel. Du kriegst von allen Seiten, sobald du, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich für Allgemeinheit ist, aber du kriegst von allen Seiten gesagt, öh, machst du das jetzt auch? Und warum? Und wie demotivierend. warum können Menschen nicht einfach mal positiv sein und sagen so, hey, cool, dass du das machst, viel Glück dabei, wenn du irgendwie vielleicht Hilfe brauchst oder sowas, biete Hilfe an. Aber spart euch doch diese Scheiße mit, du bist aber mutig, dass du dich das traust, blablabla. Ja, irgendjemand muss sich trauen. Meint ihr irgendwas, du kriegst alles in den Arsch geschoben oder was weiß ich, ihr wisst, was ich meine, du kriegst dich in den Arsch geschoben. Keiner schenkt dir hier mal eine Million Euro so, weißt du, oder schickt dir mal eine Million Euro rüber und hier, mach was draus. So funktioniert das nicht. Natürlich sind da vielleicht manche Zitate auch gut, muss man auch sagen. Aber 99% davon ist einfach teilweise kompletter Schrott und es kommt einfach darauf an, was du oder versuchst, die beste Version aus dir selber zu machen. Das ist extrem wichtig, das muss jeder meiner Meinung nach einsehen. Mach das Beste aus dir selbst, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du mit dir im Klaren bist, wenn du Struktur, Routinen, wir haben letzte Woche in der Folge drüber gesprochen, Sport, also Routinen generell, bei mir Video früh, dann Analyse schreiben, dann Sport machen, spazieren. Du brauchst Routinen in deinem Leben, damit du auch weiterhin, sag ich mal, strukturiert bleibst oder zumindest solltest du Routinen in deinem Leben haben, damit du strukturiert bleibst und auch Strukturen in den Tag reinkriegst und nicht einfach so, was ich heute nicht mache, das mache ich heute Morgen. Nee, nee, lass dich nicht von anderen Personen beeinflussen, ganz wichtig. Lass dich nicht unterkriegen, zieh dein eigenes Ding durch, bleib positiv, stay positiv, keine Ahnung, das klingt jetzt auch wie so ein komischer Spruch aus so einem Glückskeks oder was weiß ich was, aber es ist so, positiv denken, mit dir selber im Reinen sein, das ist extrem wichtig in so einer Phase und von anderen Leuten einfach nichts sagen lassen. Egal wie einfach das jetzt klingt, das ist eine Menge Arbeit, da muss man viel an sich arbeiten oder auch versuchen, dass man das nicht so nah an sich ran lässt, aber irgendwann denkst du dir, wenn es dann funktioniert hat, jo, was hat es euch jetzt gebracht so in der Art, was hat es euch gebracht, mich oder das mir schlecht zu reden, euch drüber lustig zu machen, irgendwann seht ihr das aus einer anderen Position und lacht möglicherweise über die. Auch wenn das jetzt ein bisschen arrogant klingt, aber manchmal haben es solche Leute auch nicht verdient, denke ich mir da. Ja. Ich glaube, mehr muss ich ehrlich gesagt oder ehrlicherweise nicht mehr dazu sagen, weil es ist doch eine längere Folge, wieder 23 Minuten, aber um das Ganze zusammenzufassen, Thema Motivation, ohne Motivation, ohne Ankerpunkt oder wie ihr euch motiviert, ihr braucht es einfach. Wenn ihr negative Einflüsse habt durch euer Umfeld, ändert euer Umfeld. klingt scheiße, aber du brauchst keine 100 Freunde. Und das sage ich dir, weil ich es weiß. Du brauchst eine Handvoll Leute, denen du vertrauen kannst, mit denen du gemeinsam wachsen kannst, möglicherweise die dich unterstützen, in jeglichen Situationen, die immer für dich da sind, das ist das Wichtigste. Du brauchst keine negativen Leute um dich, die dir alles schlecht reden. Wenn du sagst, okay, es sind richtige Freunde, gut, dann red aber nicht mit denen über das Business. Oder über, was weiß ich was, was dich gerade so belastet. Dann sind es Freunde, aber halt nicht die Ängsten. Und lasst dich nicht unterkriegen. Das sind so die wichtigsten Punkte. Verbringe nicht so viel Zeit auf Social Media, das sowieso nicht, aber das versuchen wir euch eh jede Woche hier zu verklickern. Und ansonsten, bleibt von meiner Seite aus nichts zu sagen. Ich hoffe, mir folgt euch trotzdem gefallen, auch wenn ich hier ein bisschen einfach wieder random geredet habe, aber wie gesagt, mir macht es Bock, ab und zu mal so eine Folge alleine zu machen. Und wie gesagt, so das Feedback auch von euch da draußen ist echt wieder super gewesen. Mir macht das echt mega, mega viel Spaß. Auch generell muss ich echt mal so ein Lob da lassen, auch die auf YouTube trotzdem die Videos gucken, obwohl ich keine Thumbnails mehr und sowas extrem mache. Und das meine ich auch so mit Seelenfrieden. so fuck off auf Leute, die dich runterziehen, mach dein eigenes Ding, du fühlst dich wohl, das ist das Wichtigste und dann kriegst du auch mit ganz anderem Elan durchs Leben, mit offenen Augen durchs Leben, bist viel entspannter und sowas, schläfst du wie ich vielleicht ein bisschen besser, kriegst dein Leben ein bisschen geordneter und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder, hoffentlich nächste Woche dann wieder zu dritt oder beziehungsweise zu zweit, je nachdem wie es funktioniert und ansonsten würde ich sagen, wünsche euch ein schönes Wochenende, wir hören uns zur nächsten Folge wieder, gerne mal Like da lassen, Abo da lassen, überall liken, teilen, was ihr wollt, natürlich auch gerne auf YouTube, auch bei René vorbeischauen auf YouTube und ansonsten wünsche euch ein schönes Wochenende, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.